Konnichiwa, Toranaga-sama. Willkommen zu einem neuen Part. The Bureau. Wir stehen hier vor der Tür und durchschreiten sie in voller Erratung. Schön, dass du auch wieder dabei bist. Okay. Outsider da, aber da nicht. Ah, es sind ein paar mehr. Okay. So, pass auf. Wir machen das jetzt mal wieder so. Zack und zack. Immer schießt, immer schießt fleißig. Jetzt verbrecht halt jeder sich da und schießt immer nur gegen die Wand. Hilfreich ist das nicht, ne? Ups, dann weg da. Gut. Liegt er? Ach, er hat schon. Okay. Natürlich ziehen wir weiter. Das ist Wahnsinn, oder? Ich hoffe, wir haben sie rechtzeitig entdeckt. Wenn Origin uns kriegt, bevor wir ihn kriegen, ist es aus mit uns. So, hier liegt nichts weiter. Also müsste es jetzt rein theoretisch da lang gehen. Ah ja, da ist er. Gut gemacht, Carter. Wir sind drin. Wir haben es geschafft. Bis hier jedenfalls. Die nächste Etappe unserer Reise macht mir Sorge. Moment. Was ist jetzt los? Nein, verdammt, das Vingate. Es schließt sich. Sie haben es deaktiviert. Keine Panik. Carter, das System, das das Vingate steuert, ist irgendwo in dieser Kammer. Was? Bin schon dabei. Das Vingate aktivieren. Okay. Los, wir sind fast da. Psst, Fatome. Upsa. So. Zack. Soll er mal schön kämpfen. Ich finde das cool. So, Drohne, Marsch. Ja, ansonsten brauche ich erstmal nichts, ne? Ja, ich hole, ich komm. Ich komm. Uh, 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 uh. Genau. So, und was jetzt hilfreich ist, ist auf jeden Fall ein MG. Was wir hier schön aufstellen werden. Zack. Und einen Blob, der den hier schön attackiert. Und dann nehmen wir Ihn hier hoch, weil der geht mir richtig auf den Zeiger. Schalten Sie Ihre Verteidigung aus. Auf den da konzentrieren. So. Kann ich schon wieder? Nee, kann ich noch nicht. Sie sind alle tot. Ziehen wir weiter. Gut. Wir kommen, Origin. Hörst du mich? Erhöht die Gesundheitsmaximum bei einer Wiederbelebung, bekommt der Träger gleich mehr Gesundheit. Oh, das ist natürlich schon Kult. Mehr Gesundheit. So, ich prüfe hier natürlich jetzt alle Ecken, ob hier noch Munition rumfliegt. Ich hoffe, ihr versteht das. Gibt nichts Schlimmeres, als wie hier einen Fight zu wagen. Und plötzlich geht die Munition aus. Sieht immer sehr gewaltig aus, aber das sind auch wahrscheinlich nur die blöden Anzüge. Plasma-Sturm-Kanone. Nö. Möchtige Plasma-Kanone, die das Ziel beim Aufschlag verbrennen. Ja, das ist ja alles gut und schön. Aber ich mag meine. Die streut natürlich schon eine Menge, aber ich find's cool. Da müssen wir hin, Leute. Genau ins Herz ihrer Welt. Mein Gott. Sightseeing muss warten. Wir haben einen Krieg zu gewinnen. Gut gemacht. Kommen Sie jetzt wieder an Bord und dann bringen wir es zu Ende. Ah ja. An Bord kommen. Okay. Okay. Ich hab' ihn unter Kontrolle. Heilung aktiviert. Er ruft die Drohne. Stellen Sie ein Geschütz auf. Geschütz in Position. Granate. Wir haben unser Geschütz ausgeschaltet. Vorsicht. Nein. Wir haben unsere Geschütz in den Tätern. Wir haben unsere Geschütz. Wir haben es noch passiert. gut shit komm ich brauche ich brauche ich brauche kommt schon die haben wir auch wer ist er denn das ist der letzte es ist noch nicht ausgestanden trotzdem danke mir ist mir aufgefallen ich war ihm gerade schon wieder eine ganze weile ruhig aber das ist halt normal das kennt ihr mittlerweile auch schon von mir wenn man voll hier im saft steht konzentriert man sich halt auf das geschehen und ich hoffe dass wir jetzt in die avenger einsteigen jawohl da bin ich mal gespannt wie es jetzt weitergeht gleich haben wir es die sehen uns nicht noch nicht aber sie werden nicht auf höher nach uns zu suchen der faceplotter ist eingerichtet signal ist laut und deutlich doch ich setze die koordinaten hat was er zu tun hat wir begeben uns zum kern des moseli netzwerks und legen heinrichs sprengsatz So ist es. Und in der Zwischenzeit kümmere ich mich um Origin. Aber denken Sie daran, Carter. Sie müssen das Venn-Armband benutzen, um diesen Origin zu fangen und lebend hierher zu bringen. Ich werde mein Bestes geben. Wir haben aber ziemlich Wind gemacht, als wir durch das Gate kamen. Er hat recht, Doktor. Origin wird bereits wissen, dass wir in seiner Welt sind. Er wird uns suchen. Sich auf diesem Frachter zu verstecken, ist deutlich unauffälliger. Ja, solange er uns hinbringt. Das tut er, wenn Sie die Koordinaten, die wir von Axis haben, an der Steuerkonsole eingeben. Ja, da bin ich immer gespannt. Auf jeden Fall. Genau, rüsten wir uns auf. Haben gespeichert. Und komm, wir haben zwar schon zwölf Minuten rüber, aber wir gehen hier noch durch. Ich bin neugierig und du mit Sicherheit auch. Schauen wir mal. Das sieht schon wieder nach Kampf aus. Wir sind ohne Deckung, Carter. Schnell aktivieren Sie das Steuerelement. Sehr gut. Da sollte noch eins sein. Scheiße. Ich kann gerade nicht, Doc. Jetzt steht er auf unserer Seite. Okay. Okay. Na ja, zeig mal die Wahrheit. Alter, was macht denn der da in den Gebäude? Ist der verrückt oder was? Ich hätte es nicht gesehen. Oh, Messmer. Oh! Nee, 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 nee. Wo, 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 so. So, was ist ja jetzt hier? Kann ich hier nochmal wieder was aufstellen? Ja, kann ich. Zack, Blob, Blob hin. Bin ein bisschen irritiert gerade so ein bisschen, aber... Komm schon. Wo? Ich brauche Hilfe! Durchhalten! Wir kommen schon ran hier. Nein, ich gebe nicht auf. Wir sind wieder okay. Gut. Er geht mir ja richtig auf den Pisser. Da kommt noch einer. So, ich müsste mal heilen. Das machen wir jetzt auch. Und dann kommst du... Setze Drohne ein! Schirmen Sie diesen Bereich ab! Schild wird aufgebaut! Der Schild ist unten! Vorsicht! Sie haben keine Schilder geknackt! Los, draufhalten! Ich müsste mal kurz was gucken hier. Ich müsste mal kurz was gucken hier. Aufpassen! Was macht der hier verdammt nochmal? Komm! Zack! Zack! Dann lass uns mal das Kopfkino aktivieren! Oh, wir machen! Schilde, kipp' ihn ins Auge! So, komm, wir können ihn anheben, das machen wir auch. So, sehe ich schon wieder so schlecht aus, verdammt nochmal. Äh, kommt da noch so ein Vieh? Ach, nö, warte mal, kann ich Gedanken, kann ich. Komm, sag. Ja, dann raus da. Ah, die muss ich holen. Ja, komm, Heilung kommt. Haltet den Druck aufrecht, hebe es an. Lassen Sie ihm ein bisschen die Luft raus. Auf dieses Ziel konzentrieren. Der gehört mir. Auf den da konzentrieren. Der passt, solange es geschwächt ist. Wo ist denn der hin? Meine Güte, ey. Das gibt's gar nicht. So, Blob Marsch. Und Drohne Marsch. Komm schon, ich muss hier rein. Das kommt doch wieder so ein neuer, oder nicht? Guck dir die Scheiße an da. Alle Ziele eliminiert. Das gibt's doch nicht, das gibt's doch einfach nicht. So, wo war der? Da kommt er. Okay. Zack, zack. Dann lass uns mal das Kopfkino aktivieren. Muss mal ganz kurz gucken hier. Mosaiktom infiltrieren. Er produziert mehr von ihnen. Aufgepasst. Drohnen. Ohne. 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 Hey. Rahre, rettet hier auf! Wahre! Huh! Ah! So, auf jeden Fall heilen. Blob Marsch. Blob Marsch. Drohne Marsch. Und jetzt will ich hier auf jeden Fall Action. Genau, von ihmchen. Ein Geschütz, dahin. Kanone in Stellung. Heiß. Der Rumpf Verstärkung. Wir haben unser Geschütz ausgeschaltet. Heiß. Heiß. Sie halten sie. Wir produzieren mehr von ihnen. Sie sind geprüftet. Sie sind verbunden. Das gibt es hier gar nicht. Sunny. Ich helfe nicht. Da kommen sie. Na los, Commander. Bauen sie Deckung auf. Wir produzieren mehr von ihnen. Das ist die nächste Runde, Commander. Das ist noch bitter nötig. Wer will euch? Ich bin verletzt. Komm näher. Commander, alles in Ordnung? Feuer! Commander. Der Schild hat verstanden. Hilfe! Ich helfe denen auf die Beine. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wir müssen hier mal runter. Halte den Tod auf mich. Ist doch immer hinter mir, ne? Oh, 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 oh. Ich brauche Hilfe! Durchhalten. Wir haben meine Kinder noch nicht fertig. Hilfen Sie mir auf. Dann sehen Sie mir von ihnen. Sind mit dem Handumdrehen Sie doch den Bein. So, komm. Dann nehmen wir ihn hier noch. Wir haben immer noch Hilfe gebrauchen. Wir haben das gut bei Ihnen. Sie rücken ein. Ich brauche Hilfe, Marker. Was geht's näher von Ihnen? Vorsicht. Wo sitzt der denn da? Ich bin verletzt. Ach, scheiße. Na, jetzt glaube ich einfach. Hab ich verloren. Agent verletzt. Gut. Was soll's? Letzten Checkpoint laden. Selbstverständlich. War mal lange wieder überfällig. Gut. Wir werden hier an dieser Stelle eine kleine Pause machen. Ich werde mich kurz sammeln und dann das erneut probieren. Ich hoffe, ich seh dich auch wieder. Und dann hoffe ich, dass wir das einfach jetzt mal packen. Also, bis dahin. Mach's gut und tschüss.